Hallo und herzlich Willkommen bei ToiletHQ. Ich zeige euch jetzt, wie man den letzten Feuerwerk kriegt bei ToiletHQ. Du musst einmal zu Nightmare und dann zu ToiletHQ, dann Nightmare und Welle 37, 38 oder 39 warten. Und danach zeige ich noch die bei diesem Lobby und bei den Raiding Plaza. Die anderen könnt ihr noch, die anderen, die in Matches könnt ihr alleine suchen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal die Wellen. Die kommen in eine bestimmte Welle. Okay, ich warte jetzt nur. Und der spawnt insgesamt da, wie ich weiß. Genau da. Ich hatte es selber noch nicht. Und ich zeige euch noch, was vielleicht, wenn wir das gewinnen, zeige ich euch vielleicht den UGC-Eye zu sehen. Dann zeige ich euch, was es ist. Okay. Es dauert lange, bis man den fertig... Oh, die geht jetzt auch nur bei Welle. Äh, Level 2. Hm. Komm, aber nicht so weit. Okay. Äh, das ist nur dafür da, um die dann, wenn welche da zukommen. Und es ist der neue, Bad Speedman. 4.000 Damage. Aber... Countdown 2. Aber der ist gut. Wenn man davon viele platziert, machen sie... Bam, 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 balabalabalabal. So, noch 10.000 Money. Und dann... Uh, der Giant Blind Toilet. Und Mutant Assassin Toilet. Und der Flamethrower Toilet. Okay, die beiden hatten wir schon davor bei Welle 30. Und Welle 31 oder Welle 32 hatten wir den da. Welle 30 oder... Welle 30 ist Giant Blind Toilet bekommen. Und Welle 31 oder 32 ist Newton Assassin Toilet bekommen. Ich warte jetzt schon hier. Okay. Ich schreibe schon. Okay, soito... Meine, meine, schon Christian. stay. Okay, ich' selber schreibe. Oh mein. Komm. Hey, komm. einen fotografischen Zeigungen규nen haben. Zitca über diese Kamera heraus herzlich�� eine frische Spiegelblase ein. okay ich war schon mal Prozent und schon mit uns äh es gibt nicht danach ignoriert die dritte als dritter konnten er okay um wort Das ist gut im Highland Seek. Hm. Ich halte mich einfach. Oh. So sieht es also oben aus. Beste Highland Seek. Ja, der ist schwer. Beste Highland Seek Challenge. Zum Verstecken. Oh mein Gott. Ich kann durchgehen. Ach egal. Ich frage ihn einfach runter. So. Glück. Bin ich schon ganz nah. Hallo. Let's go. Hey. Ich achte genau. Bei beiden Seiten. Okay. Ich warte. Ich warte schon. Und ich gucke ganze Zeit. Bei beiden Seiten. Wenn es beispielsweise eine andere Seite ist. Dann. Dann habe ich es verpasst. Dann muss ich alles nochmal machen. Und das will ich nicht. Hat schon. Eine Stunde fast gekostet. Schon 40 Minuten sind es. Und wenn ich das noch zu Ende spiele. Dann wird. Wäre es eine Stunde sein. Okay. Okay. Ich habe es gemerkt. Wow. Gut. Gut, 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 gut. Ja. Der geht schon hin. Jetzt. Ja. Ja. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. 737. Toilet HQ. A Nightmare. Here is this. Let's go. Let's. Let's. Go. We have. I have the last fire. Let's go. I have the last. Last firework. Let's go. 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 Oh, shit. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. GG. 3000. Yeah. Ich habe ihn. Super. Let's go. We have it. Gut. Gut. Wir haben. Wir haben es. Jetzt habe ich den letzten. Eigentlich. Yes. I want to buy. In my touch. Warte mal. Ist das ja Skin? Warte mal. Dann. Okay. Was gibst du mir für die drei? New Year is great. Egal. Egal. Was gibst du mir für die Santa? Ich habe schon ein paar Packer weggegeben. Für three. No. What Titan? What Titan? Was für ein Titan? Ich habe nur zwei. Oh, sorry. I have two Titans. This is all my Titan. Oh, sorry. I have two. I don't have the Titan Cam. Bye. Öffnen. Oh, ich dachte. Let's go. Ich kann ihn ziehen und dann kann ich ihn weggeben. Three. Let's go. Oh. Immer, wenn es laggt, denke ich immer, ähm, die werde ich mal verkaufen. Hmm. Hmm. Wow. Was ist gerade mit da passiert? Äh, Nerven. Warte kurz. Ich weiß. Oh, warte. Ey, 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 chill. Ey, da. Jetzt ja super viel. Spiekermann, nö. Ne, das war ja falsch. Ähm. Wer das drauf... UTC. Uh, this UTC for the Sinister TV man. Huh? Huh? Uh, for the Sinister TV man or I don't. Okay, ich pack das da drauf. Ich hab's vergessen. Wer wollte mich gerade antwenden? Hm? Oh. That has to then. Oh, what? Oh. 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 Hmm. Can I do Titan Cinemaman? Eh, Santa TV man or for the Titan Cinemaman? Dann der TV-Man first. Alter, für U2C mache ich gar nichts. So, die Sneak lösche ich nicht. So, 800 habe ich jetzt. Okay, ich warte. Okay, solange kann ich euch die Location zeigen. Okay, das war ein Spawn. Da, genau hier. Okay, dann he lost his nose, also beim Schneemann, also da. Und der Tree, also ein Baum, genau hier. Rock, Firework, check the rocks, ist da. Okay, Snow, Firework, is hiding in the snow. Ah, ist da hinten. Ist genau da. Dann der Domster, look outside the house. Look outside the house. Okay, das versteht sich nicht. Look outside the house. Ich war aus der Anstos. Gut. Das geste strengths und nothing Das ist aber schwieriger, der hat sich schwieriger gemacht. Mit den eigentlichen Tipps war es leichter. Ich glaube, das ist nicht so. Oh, da ist der Grüne. Der Grüne? Der Grüne? Der Grüne? Der Grüne? Der Grüne? Der Grüne? Der Grüne sieht nicht mehr anders aus. Der Grüne ist genau da hinten. Jungen Fah 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 das muss noch mal überlegen hier weiß ich jetzt nicht wo das ist aber das war doch irgendwo hier war das irgendwo da ach nee das war der rote oh was denn okay für alles mache ich ich weiß ich weiß ier ich weiß Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe die Leisern-Gon, Cameraman. Mann, Alter, ich bau den Sinister. Was zum. What do I put for the Sinister? What do I put for the Sinister? Alter, ich brauche den Sinister. Ist, äh, ist, ah. Weg. L. Ist. Nö, ich öffne es jetzt. Oh. Weg. Okay, ich öffne. Okay, jetzt öffne ich. Diese Sachen brauche ich nicht. Dafür bekomme ich wieder Geld. Ey, bekomme ich jetzt nur diese Basic-Kacke? Äh, okay, jetzt habe ich den einmal. Äh, gib mir wenigstens den Sinister. Ich brauche den Legendary oder den Mythic. Ich brauche den Mythic. Please. 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 Please, come on. Okay. Du musst weg. Dann habe ich noch eine Chance. Ja, das ist die Chance. Das habe ich weggeplankt. Come on. Run. Run. Okay. Heute war es bis heute. Ich denke, ihr habt es gefallen. Lass ein Like da und ein Abo da. Äh, dann zeige ich euch die nächsten in den Trading Plaza und bei den anderen Maps. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr rutscht in den guten neues Jahr 2024. Tschüss.